Hallo liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Heute im Frühjahr 2024 berichten wir vom Start des Deichneubaus in Niederwallach. Wir schalten nun direkt zum Deich in Bordwallach. Karl-Heinz Kampst berichtet heute über die ersten Vorbereitungen des 30 Millionen Euro teuren Deichneubaus von Ossenberg bis Büderich. Heute melden wir uns hier von der Deichbaustelle in Niederwallach. Wir nehmen die Sanierungsarbeiten am Deich zwischen Büderich und Ossenberg auf. Seit dem Start der Baumaßnahmen ist die Baufirma Martens aus den Niederlanden bereits fleißig am Werk. Ein regelrechtes Camp wurde errichtet. Eine Containerstadt ist hier entstanden. Doch das ist nur der Anfang. Schauen wir mal weiter. Der Grund für diese Arbeiten liegt in der Notwendigkeit den bestehenden Deich zu modernisieren. Der aktuelle Deich entspricht nicht mehr den Hochwasserschutzanforderungen und muss deshalb erneuert werden. Der Deichverband Duisburg Xanten sagt, der neue Deich ist ein technisches Bauwerk, das den aktuellen Vorgaben der Deichsicherheit nach der Fertigstellung entsprechen wird. Der neue Deich wird im Wesentlichen der Linie des bestehenden Deiches folgen. Allerdings wird er breiter und höher sein und einen Verteidigungsweg haben. Das erfordert zusätzliche Flächen von 22 Hektar. 30 Millionen Euro sind die geschätzten Kosten für diesen neuen Deich. 80 Prozent davon zahlt das Land Nordrhein-Westfalen. Die Sicherheit der Bevölkerung hinter den Deichen hat oberste Priorität. Daher sind die Sanierungsarbeiten von entscheidender Bedeutung für die Region. Das sind die neuesten Entwicklungen von der Baustelle des Wallacher Deiches. Wir bleiben dran und halten Sie über die weiteren Fortschritte auf dem Laufenden. In der nächsten Folge versuchen wir Ihnen zu erklären und zu ergründen, warum der neue Deich heute vielleicht schon ein alter Hut ist. An dieser Stelle sagen wir danke, dass Sie zugeschaut haben. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.